Der Ultimodus von Herr Ambald ist irgendwie immer noch ein wenig lame. Darum habe ich mich heute reingesetzt und nochmal die Angriffsanimation überarbeitet. Mein Ziel war es, dass sie noch epischer werden und ein paar Skins werden in der Zukunft auch spezielle Ultiformen haben. So sieht der neue Angriff jetzt aus. Das gleiche habe ich natürlich auch für den Kinnhaken und den Backflip gemacht. Wenn ich mir die alte Version angucke, ist die neue doch deutlich nicer, oder? Was meint ihr?